It just takes some time, a little girl, in a little out the ride, Elvipin, Elvipin will be just fine, Elvipin, Elvipin will be alright, alright So, mal wieder herzlich willkommen zu Let's Play Dirt 2 Ähm, heute geht's weiter mit der Dirt Tour und ähm, ich hab jetzt gerade geguckt, wir haben 6% der Karriere durch Und ich hab mir jetzt vorgenommen, äh, weil man ja hier ein bestimmtes Ende, ein Endevent hat Wir machen trotzdem 100% der Tour und das könnte lange dauern, aber was sonst So, ähm, gucken wir mal gerade, wo wollten wir fahren, wir haben hier letztens ein Duell von ihm vorgeschlagen bekommen Wir haben aber Japan freigeschaltet Und da wir Dominition noch nicht gefahren haben, fahren wir jetzt Dominition, weil das ist ein neues Event Ja, fahren wir das mal In Dominanzrennen ist die Strecke in Sektoren unterteilt Erziele in jedem Sektor die beste Zeit Wer am Ende die Strecke dominiert und die meisten Punkte eingefahren hat, gewinnt Ach, und nebenbei hab ich auch noch, äh, wollte ich sagen, dass ich auf 1280x27 jetzt die Grafik runtergejagt hab Und auf 6.9 Format, also vielleicht ist dann weniger gestretched Kann sein, ich weiß es, ich hab's jetzt mal gemacht Kann ja sein, so Ähm Wollen wir uns den upgraden? Warte, jetzt guck ich gerade mal Der Beste für die, ähm Wie heißt es? Die Cross-Rennen ist der Lancer Evo 10 Der kostet uns aber zu viel Und, ähm Wir wollen ja mit jedem einmal fahren Aber den nehmen wir jetzt, wenn wir unten sehen, die Beschleunigung ist echt Haus Hausbruch schneller Hausbruch schneller, vier schneller, so heißt das Lalalala, alle Zeit so Anpassen, äh, Lackierungen Fahren wir jetzt mal mit KMC Wheels Ja, schön, dass er direkt neuer Ton und Musik anfängt Ja Wir kaufen uns nächstes Mal wieder einen anderen Wagen Weil wir wollen ja mit jedem Wagen hier einmal gefahren haben Wir wollen die Erfolge hier auch schaffen 100% heißt ja für mich auch alle Erfolge fahren Jappa, der Rennen von 1, Shibuya Domination Ken Block ist dabei Und ja, das war's schon am berühmten Hey, Rache Engel Da bist du also Stell die Koffer weg und komm mit Dieser Fahrer könnte der nächste Champion werden So Hey, Rache Engel Gib alles, aber ich werde gewinnen Ich hab gerade gemerkt, klar, dass es ein Ohpala Kürzer geworden Weil ich die Schatteneffekte ein bisschen runtergelackt habe Mit Partikel aus Dadurch ist jetzt kein Dreck der Eroschnitt Aber den werde ich mir im Video wieder anmachen Weil Das werde ich jetzt einfach wieder anmachen Weil ohne Partikel sieht das dann doch ein bisschen blöd aus Um genau zu sein Weil So Weiter So, jetzt machen wir ein bisschen wieder Schmutz Das ist ja scheiße Und genau das war geplant Ach, scheiße Machen wir auch da weiter Das ist in Ordnung Oh, ich hab jetzt schon eine Macke in der Schmutz Ah ja, ich bin ja dem einen mit so bisschen hinten drauf gefahren So, ich muss mich jetzt erstmal ungewöhnen Gerade auch Besuch gezockt Das ist ein sehr noch unbefühlt Ich bin vierter in dem Gebiet Ich glaube darum, möglichst schnell hier durchzukommen Durch die einzelnen Abschnitte, ne Sobald ich das weiß, oder? Ich hab nicht aufgepasst gerade Hätte ich mal besser Was weiter Oh, den hab ich dominiert Da bin ich erst in den Sieg Oh, er freut sich auf den Sieg Ja, ja, ja Oha Da hat alles abgeflogen Das hinten locker war Hochdominiert Buja Trotzdem hat kein Block immer noch so Weil ich da im ersten vierter Version Vorsprung Ja, war's Herzlichen Glückwunsch Das hast du gut erkannt Ah, zweiter Mann So, den hab ich dominiert Und jetzt bin ich erst Und zerlege erstmal währenddessen noch Kein Blockskack Aber ich hab nicht gedacht Dass wenn ich die Schatten so weit Noch runterstelle Dass das Spiel dann doch so flott läuft Weil es läuft jetzt gerade Wirklich viel flotter Wenn ich das meine Wenn ich das so sage Dann mein ich das wirklich Das merke ich gerade wirklich Das Spiel gerade Einige schneller läuft Auch in den Menüs Von Ladezeiten her auch Und Von Unfällen her Die sehen viel spektakulär aus Weil die noch schneller sind Oh Mann Andere Sicht bitte Weiter, weiter Ab da kann ich Also wie geplant Ich will das Spiel 100% durchspielen Also alle Erfolge Alles hinkriegen Das wird zwar Ein Stück dauern Aber Warum sollen wir das nicht machen Weil Sonst kann ich das Spiel Nach jeder Rennserie Theoretischen aufhören Weil es gibt eine Rennserie Die eigentlich so Als Abschlussserie gilt Aber man hat da lang Noch nicht 100% durch Vom Spiel Also deswegen kann man da Ruhig ein bisschen mehr noch Zucken Und spiele ich dann Direkte 100% Scheißdreck Mann Was geht denn jetzt hier ab Ey So weiter Jetzt aber noch einmal Zurückspielen Oh mein Gott Ich vergeig es gerade So Jetzt keine Fehler mehr machen Jetzt perfekt fahren Und fertig hat es sich Einfach ein bisschen Konzentrierter fahren Wie immer die Methode Und nicht so fahren Wie noch Pursuit zum Beispiel Ja das ist nicht unbedingt So die gute Taktik Die man da wählen kann Leichter Radschein Ich merke es schon wieder Meine Wagen zieht Nach rechts links Und sonst Was kein Block ist erst da What's Das ist jetzt gerade Ein bisschen suspekt Oh nein 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 Habt ihr nicht gesehen Ich hab keinen Unfall gebaut Ich weiß Ach in diesem Sektor Ich glaube ich nur Fünfter Okay dann ist klar Warum ich nicht erster bin Kann ich ja nicht sein Komm schon bitte Scheiß auf die Schäden jetzt Ey Ich halte jetzt gerade wirklich Nur noch viel drauf Gerade ein bisschen ruhiger Weil ich jetzt auch ein bisschen Konzentrierter fahren muss Also ich kann ja nicht gleich Komplett zerlegen Weil wir haben einen leichten Motorschaden Leichten Radschaden Das klappt Und die Karas echt kurz Zum kaputt gehen Und ich weiß gerade nicht Wie lange dieses Rennen Wie jetzt hier geht Hat sich geglitscht Weil ich hab Wir sind zwei Runden Ne Wir fahren zwei Runden Und irgendwie war das dann Doch ein bisschen komisch Lange Deswegen fahren wir jetzt einfach noch mal das Rennen Und ich weiß nicht was Kann sei es ja irgendwie gerade ein bisschen Dass ich geladen wurde Es wird gerade lustig das Spiel Noch einmal Hab ich gesagt wir wollen das 100% durchspielen Ja das werden wir um die 200 Parts Genau 300 Parts Ich werde das von Blackhand Commander Das Fallout 3 Let's Play überbieten Von den Parts Alter soll ich hier voll Hüttelforsten Das hier in dem Rennen Spiel mit solchen KI Ey Boah Fünfter Geil Schon wieder nur Ich halte ich mal von Anfang an Das Rennen ist mal richtig gut Fahrer Und mich mal anstrengend Ne Oh Ich bin direkt schon mal drin hier Schön Ich weiß nicht wie ein Leichenradschaden ist Und spüre ich jetzt nicht zurück Ja was Mehrtü Was ist weiter Kacke Das war gerade mehr Glück Als was stand glaube ich mal Eher die Kante da Dominiert Ja man Mal gucken ob jetzt gleich Nach Runde 2 Schluss ist Normal sollte es Ich denke mal gerade